Ein herzliches Willkommen allen, die sich jetzt eingeschaltet haben bei Radio Maria Österreich. Jetzt um 9 Uhr geht es in unserem Programm weiter mit dem am 2. Oktober begonnenen Seminar in St. Josef Salzburg-Eigen. Wir dürfen mit den Zuhörern dort mithören. Genaueres erfahren Sie jetzt von Johann Schäffenbichler, der für uns vor Ort in Salzburg-Eigen ist. Guten Morgen, Johann. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria. Ich darf Sie auch heute wieder recht herzlich aus dem Kollege St. Josef begrüßen. Der heutige Tag wird der Höhepunkt von diesem Bibelseminar sein. Dr. Juwal Lapite wird uns wieder seine wundervollen Auslegungen der Psalmen, heute des längsten Psalms 119, überbringen. Die Teilnehmer hier im Saal warten schon wieder gespannt auf den Vortrag. Ich übergebe nun das Wort an Dr. Lapite. Bitte. Wenn es geht, nächste Minute. Schalom, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Maria. Wir sind wieder versammelt. Unsere Gruppe hier in St. Josef. Im St. Josef-Kolleg ist noch klein. Wir werden noch wachsen. Einige essen noch die letzten Bissen des wunderbaren österreichischen Frühstücks hier im Raum. Ich begrüße jeden. Unseren Markus, unseren wunderbaren Gernot, der den Flyer erstellt hat. Bruder Matthias, die tragende Säule unseres Seminars. Matthias, ich bin so dankbar, dass es dich gibt. Ein Missionar vom kostbaren Blut. Ein Mann ohne Fehl. Ein Mann mit oberösterreichischer Bodenständigkeit, der die hebräische Sprache liebt und ehrt. Und ich begrüße die wunderbare Teilnehmerin Hildegard aus dem Mostviertel aus Amstetten, die spontan gekommen ist durch meinen Zuruf und Aufruf. Danke, dass Sie gekommen sind. Und ich begrüße einen wunderbaren Gymnasialdirektor aus der Weltstadt mit Herz, Herrn Peter Schwarze, der speziell gestern angereist ist, sich rausgerissen hat aus der Verantwortung für 1000 Schüler in München-Schwabing, weil er spürt, dass die jüdischen Wurzeln seine Seele nähren. Ich danke Ihnen, ich danke dir, Peter. Und Dr. Jasna Blumenkuhn, die kennen schon einige Hörer und Hörerinnen, eine langjährige Streiterin, Mitstreiterin, Mitwirkerin. Danke, dass du zu relativ früher Stunde auch da bist. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer zu Hause, heute haben wir einen Psalm, der alles zusammenfassen wird, was wir bislang lernten. Insofern steht er in Verbindung mit gestern Abend, mit allen Tagen und Abenden, Psalm 119. Der längste Psalm, 176 Verse, lieber Gernot. Wir werden natürlich nicht alle besprechen, aber wir werden versuchen, heute Vormittag bis 12 Uhr, liebe Freunde und Freundinnen in Österreich, den Geist, den wunderbaren Geist dieses Psalms zu erarbeiten. Lassen wir uns ein bisschen rekapitulieren, was wir bislang in der Woche gemacht haben. Vielleicht machen wir es so, ich hoffe, dass das, Johann, für dich in Ordnung ist. Das heißt, wenn Moment eine Schweigezeit ist, dann würde ich nämlich die Teilnehmer bitten, in wenigen Worten, insbesondere Gernot, unseren Peter, unseren Markus und unsere Jasna Blumekron, in ein paar Worten schriftlich, schriftlich, in Ruhe zusammenzufassen, einfach stichwortartig, was haben wir bislang erarbeitet aus dem Psalm? Einfach ein paar Stichworte, denn 119 wird ganz viel davon aufgreifen, dass sie sich, bevor wir in dieses Meer von 119 eintauchen, vielleicht hielt ich gerade Sie auch, Sie haben ja einiges am Radio gehört, einfach in ein paar Worten zusammenfassen, was thematisiert ein Psalm? Was bewegt den Psalmisten in wenigen Worten? Dass sie sich, Shalom, liebe Dr. Andrea Mirich am Lauritsch ist eben angekommen, Ihr Sohn kommt auch gleich, Zacharia, hier, könnt ihr euch heute hier setzen an den Tisch. Nehmt euch heute zwei Stühle, im Moment sieht es leer aus. Shalom, Kurt, mein Freund Kurt aus Deutschland ist da. Versuchen wir in ein paar Worten schriftlich festzuhalten, was haben wir bislang erarbeitet aus der Welt der Psalmen? Maximal fünf Minuten. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es jetzt gerade gehört, die Teilnehmer hier, die machen eine Zusammenfassung von dieser Woche und sie werden das jetzt schriftlich machen. und ich gebe in der Zwischenzeit zurück ins Studio um ein paar Takte Musik. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, in der Zwischenzeit, in der Pause, haben die Teilnehmer hier ihre Begebenheiten bearbeitet, sie haben das schriftlich gemacht und jetzt geht der Vortrag wieder weiter. Bitte, Herr Dr. Juval Lapide, um ihr Wort. Herr Johann, noch einmal grüß Gott an alle Hörer und Hörerinnen am heutigen Heiligen Schabbat, der siebte Tag, wir ruhen heute, sind geistig umso aktiver, körperlich lassen wir die Schöpfung in Ruhe auf uns einwirken und wir befassen uns heute mit Psalm 119. Die Aufgabe lautete, was haben wir bislang seit Sonntagabend zusammengefasst, erarbeitet, neu entdeckt aus dem Reichtum der Psalmen. Und ich habe die Teilnehmer hier in St. Josef, Salzburg-Aigen, Missionare vom Kostbaren Blut, kurz gebeten, Brainstorming-mäßig, wie man das heute in der Gruppenarbeit nennt, ein paar Gedanken zusammenzufassen. Einfach Stichworte, Gedanken, keine kompletten Aufsätze. Was wissen wir bislang, was in den Psalmen geschieht? Was unternimmt der Psalmist? Der Teilnehmer Markus, ein aktiver Mitdenker, möchte etwas sagen. Lieber Markus. Wie ich schon gesagt habe, es geht hier im Psalmengebet um die Beziehung Gott und Mensch, was auch zum Ausdruck kommt in Lebenslagen wie Schmerz, Trauer oder auch Freude, was der Psalmist ja immer wieder deutlich ausdrückt. Und für mich ist das Psalmengebet selber auch eine Bestärkung. Es hilft mir persönlich, wenn ich zum Beispiel in Schwierigkeiten bin oder ich mich über irgendetwas freue. Insofern ist es auch eine heilsame Erfahrung, diesen Psalmenweg zu gehen, insbesondere durch die Interpretation, durch deine Worte. Danke, wunderbarer Markus. Spontan, wer möchte noch etwas ergänzen? Was ist ihm, ihr klar geworden seit Sonntagabend? Ich sage das bewusst als kleine Aufgabe, damit wir nicht sofort in 119, dem Magnum Opus der Psalmen hineinspringen, sondern bevor man in den Ozean springt, sollte man erstmal zu schwimmen üben in kleinen Gewässern, in kleinen Seen, Teichen. Und das wollte ich zusammenfassen. Was ist uns, lieber Hartmut, du Glanz aus München, Giesing, was ist uns klar geworden, was nehmen wir mit, bevor wir heute in den Ozean eintauchen? Ja, wie Sie uns gelehrt haben, lieber Dr. Lapide, es ist ein Erkennen Gottes in der Natur, in der Geschichte, auch im persönlichen Leben und von Seiten uns des Menschen, des glaubenden Menschen, ein Bekennen Gottes in jeder Lebenssituation. Ja, Dankeschön. Danke, lieber Hartmut. Möchte noch jemand ergänzen? Gernot, Ulrike möchte noch etwas sagen. Ulrike Schoschaner ist seit Donnerstagabend da, aus Linz, Umgebung Linz, angereist. Was ist dir bewusst geworden? Ganz praktisch, diese Beziehungspflege ist, dass ich ganz echt und ehrlich vor Gott klagen kann, wie meine Situation ist. Was mir aufgegangen ist, dass ich nicht Gott beschuldige für das Böse, das Menschen, die von ihm losgelöst sind, tun. Und was mir noch aufgefallen ist, dass immer ein Durchbruch geschieht, also nicht nur in dem einen Psalm, den wir da gelesen haben, sondern auch in vielen anderen, bis zu dem Blick hin, dass Gott helfen wird, dass Gott retten wird, dass Gott heilen wird und dass ich dann das erzähle. Dass ich jetzt schon sage, ich werde erzählen, nicht ich würde erzählen, wenn Gott was tun würde, sondern ich werde erzählen, weil Gott etwas tun wird. Danke. Frau Blumenkund? Nicht. Okay, wer möchte noch etwas ergänzen? Genau, Herr Gernot, unser Teilnehmer Gernot und dann unser Gymnasialdirektor, den ich seit knapp einer Woche ins Herz geschlossen habe. Ich bin so dankbar, dass Sie angereist sind, gestern nach dem Schulstress. Erst Gernot und dann Peter Schwarze. Ich habe mir erlaubt, ein Gebet fast zu machen über diese Sache, weil das ist ja ganz was Wichtiges. Ich muss sagen, das Wort Gottes zu lesen, und dass ich es lesen kann, brauche ich den, die Ruach, den Heiligen Geist. Danke. Willst du es vorlesen? Gott, Heiliger Geist, du hast deine göttliche Offenbarung in der Heiligen Schrift durch deinen Diener David im Salmen aufzeichnen lassen. Sehr schön. In wunderbarer Dichtung hast du die Beziehung Gott-Mensch in allen Lebenslagen geschenkt. Und ich möchte dann sagen, noch dazu, Herr, erleuchte meinen Verstand und erfülle mein Herz, dass ich beim Lesen deiner ebigen Wahrheit Recht verstehe, damit ich dich inniger lieben und dir treuer dienen kann. Das hast du selbst verfasst? Ja, ich habe das schon mal gemacht. Von dir aus, deinem Geist und Herz. Danke, lieber Gernot. Danke, danke. Unser Peter Schwarze, bitte aus München. Schön, dass du da bist. Ein paar Worte von Peter Schwarze. Herr Dr. Lapide, ich danke Ihnen, dass auch ich hier teilnehmen durfte. Ich durfte lernen, dass der Psalmist uns Worte gibt, mit denen wir ein weghaftes Leben lernen können. Gewegt und bewegt, wie ich am Montag mir eingeprägt habe. Das heißt, dass wir uns mit den Worten des Psalmisten auf die Melodie, die Gott uns in unser Leben hineinlegt, einstimmen dürfen, im Sinne eines Gesangs, eines Lobpreises. Und die Maßlosigkeit dieses Lobpreises, die wir gestern im Psalm 104 gelernt haben, ist die einzige Maßlosigkeit, die uns wirklich gut tut und unser Leben mit Sinn erfüllt. großen Dank für diesen wunderschönen zusammenfassenden Gedanken. Ich danke Gott, dass es Sie in meinem Seminar gibt. Sie, dich. Danke. Ich fühle, dass wir eine gute Basis haben. Möchte noch jemand was sagen? Sonst muss, kein Muss. Einfach nur eine Option. Sonst lass es sein, kein Muss. Wir fangen jetzt an. Ich will ein bisschen rekapitulieren meinerseits. Wir haben erkannt, dass das wichtigste Element des Psalms der Tehillim ist, aus Ihren Worten kommend, die persönliche Beziehung. Die persönliche Beziehung des Menschen vor Gott. Gestern Abend habe ich ja den Vortrag übertitelt mit Der endliche Mensch begegnet dem unendlichen Gott. Der endliche Mensch begegnet dem unendlichen Gott und aufgrund dieser Tatsache, dass er sich geschaffen weiß, sich geschaffen, geschöpft weiß, kann er seinem Gott begegnen mit allen Lagen, mit allen Stimmungen seines Lebens, mit den Aufs und Abs, wie wir heute modern sagen, mit den Einstürzen, Einbrüchen, Abbrüchen, Umbrüchen, mit allen Krisen, mit allen Verwandlungen seines Lebens. Und das ist das Großartige, was wir aus den Psalmen wissen, nämlich ein Psalmist muss kein Blatt vor den Mund nehmen, habe ich es oft genannt. Der Psalmist zeigt sich ungeschminkt, ungekünstelt, so wie Gott ihn geschaffen hat. Und er sucht, er sucht von ganzem Herzen. Vielen Dank, lieber Bruder Matthias, CPPS, für die wunderbare Unterstützung unserer Arbeit. Unser Matthias verteilt eben die Blätter für 119, für den längsten und gewichtigsten Psalm. Noch einmal, der Psalmist tritt ungeschminkt vor seinem Schöpfer. Guten Morgen, liebe Anja Benfeld, unsere Freundin aus Deutschland ist eben hineingetreten. Herzlich willkommen zu unserem Psalmenkampf, zu unserer Psalmenerstreitung, Erarbeitung. Der Psalmist tritt vor Gott und benutzt alles, was er kann an der Sprache. Jetzt will ich ganz kurz nochmal auf das Thema Sprache zu sprechen kommen. Der Psalm lebt von hebrischer Tiefe und Intensität. Und das werden wir heute meisterhaft vorfinden. Wir werden heute, ich will schon kurz sagen, einen Psalm haben, der 176 Verse hat. Psalm 119, damit es schon spannend wird, ihr Lieben, hat 176 Verse. Und die Frage ist natürlich, warum ausgerechnet 176 Verse? Das wird meinen Freund Kurt Bezallel, ich möchte kurz meinen Freund aus Deutschland erwähnen, der gestern mit seiner Gattin gekommen ist. Kurt Bezallel ist ein brillanter Kenner der hebräischen Numerologie. Er hat eine wunderbare Tafel, die Tafel der Prinzessin Antonia zu Bateinach erarbeitet. Liebe Freundinnen und Freundinnen, wenn Sie im Internet mal hineinschauen, unter Triptychon der Prinzessin Antonia zu Bateinach werden Sie Kurt Bentfeld merken. Kurt Bentfeld ist einer der wenigen in Deutschland sich damit intensiv befassenden Kenner. Er hat auch eine eigene Website, auf der Sie seine Ausführungen zu Prinzessin Antonias Lehrtafel in Bateinach finden werden. Und mit Kurt verbindet mich eine intensive Liebe zu der Tiefe der Zahlen in der hebräischen Bibel. Zahlen haben Bedeutung. Ich möchte gerne meinen klassischen Spruch, den Friedrich Weinrepp geprägt hat, hier auch an den Mann, an die Frau, an den Freund und an die Freundin bringen. Wer zählt, er zählt. Und wer er zählt, zählt. Noch einmal den schönen Satz, den uns Friedrich Weinrepp, der große Mystiker, beibringt. Wer er zählt, zählt. Und wer etwas zählt, er zählt. Zahlen erzählen Berge von Geschichten. Und Geschichten haben immer Zahlen in sich. Haben wir gestern schon gemerkt, mit 8 und mit 7 und mit 3. 3 ist die klassische Zahl der Transformation. Und heute haben wir gleich zum Einstieg, damit Sie merken, wie spannend Bibel ist, 176 Verse. Psalm 119 hat an der Zahl 176 Verse. Die Frage stellt sich natürlich, was hat es mit dieser 176 auf sich. Wir werden sehen, nämlich heute in unserem Psalm, dass zusätzlich zu einer brillanten Kenntnis der Tora und einer brillanten Kenntnis der Beziehung des Menschen zu Gott für den Psalmisten, König David, Zahlen eine große Rolle spielen. Hat jemand eine Idee, eine spontane Idee, was 176, wenn man das natürlich aufteilt, für eine Bedeutung haben könnte? Es ist nicht einfach. Was hat 176? Warum sind es genau 176? Warum so eine riesige Zahl? Warum nicht 8 Verse oder weiß ich, 100 Verse, 110 mal 10, die große Zahl 10 oder 30 Verse, 3 mal 10. Was steckt, vermuten Sie ganz spontan, ich werde es Ihnen natürlich verraten, es muss nicht von Ihnen kommen. Was steckt hinter 176? Lieber Gernot aus Salzburg. Ich würde die 1 für Gott. Richtig. Die 7, die Benora, ein 7-ohriger Leuchter und 6 für den Magen David. Für den Magen David, der Magen David, der Stern David. Das ist schon ein schöner Zugang. Danke, lieber Gernot. Wenn man eine Zahl hat, die größer als 1 ist, darf man durchaus als ersten Schritt die einzelnen Glieder anschauen und jede Ziffer für sich deuten. Unser wunderbarer Teilnehmer Gernot sagt 176, die Anzahl 176, Reinhard, ist die 1, die Einheit Gottes, er schaut sich jedes Glied an, und interpretiert es für sich. 1 ist die Einheit Gottes, 7 sind die 7 Tage der Schöpfung, die 7 Arme des Leuchters, 7 ist die Vollständigkeit, 6 haben wir was gestern gesagt? Was haben wir zu 6 gesagt? Es sind alle Richtungen zusammengenommen. Oben, unten, vor mir, hinter mir, Osten, Westen, Norden, Süden. 6 ist in der Bibel immer das allumfassende Gebilde dieser Erde. Alle Richtungen, alles, alles ausgerichtet sein. Meine Standfestigkeit im Leben ist durch die 6 ausgedrückt. Darum 6 Tage der Schöpfung und am 7. Tag, nicht am 8. oder 9. oder am 10. sollst du, wirst du, streng genommen, wirst du ruhen. Wer hat noch eine andere Idee, woraus sich 176, jetzt kommt die Mathematikerin, das ist nämlich eine mathematische Überlegung, jetzt meldet sich meine Freundin, Ulrike Schoschanner, Leichte aus Linz, die ist Mathematikerin, und wird sich jetzt mathematisch natürlich die Zahl 176 anschauen. Ulrike. Also ich habe da den Originaltext vor mir und beobachtet, dass die Verse mit den Buchstaben des Alphabets anfangen. Sehr gut, sehr gut. Zwar sind das immer 8 Verse mit A, dann 8 Verse mit B und ich nehme an, dass das so regelmäßig weitergeht. Sehr gut. Und es gibt da 22 mal 8 ist 176. Die Mathematikerin hat sich natürlich sofort mathematisch aufgearbeitet. Wolltest du das auch sagen? Unsere Anja Benfield, die Gattin ist gut benfeldt, des Kabbalah-Spezialisten nickt beifallend. Es ist natürlich richtig. Aber das ist noch keine Interpretation, warum das so gekonstruiert worden ist. Ja, aber es ist völlig richtig. Die 176 setzen sich zusammen als 8 mal 22. Und jetzt gehen wir in die Tiefe, 8 mal 22. Das hebrische Alphabet hat, wie du richtig sagst, 22 Buchstaben. Von Aleph bis Tav hatten wir ja auch in deinem wunderbaren Vortrag. Unser Kurt Benfield hat in Tirol in meinem großen Seminar eine wunderbare Ausleuchtung der Kabbalah, der Prinzessin Antonia von Württemberg ausgeleuchtet, unter Einbeziehung der feinen Symbolik von 22. Und 22 ist das Umfassende des hebräischen Alphabets. Wir Juden sagen, Gott hat mit 22 die Welt erschaffen. Mit der Kraft der 22, liebe Freunde und Freundinnen, in Österreich, daheim und hier, hat Gott die Welt erschaffen. Denn es steht ja, Gott sprach und es wird. Gott sprach und es wurde. Gott sprach und es entsteht. Und wenn Gott spricht, sagen wir Juden, spricht er nicht oberösterreichisch, nicht niederösterreichisch, nicht einmal brasilianisch, portugiesisch, was mein Bruder Matthias ja perfekt kann, durch seine Missionstätigkeit in Brasilien portugiesisch, sondern er spricht hebräisch. Die Lingua Sacra ist und bleibt die hebräische Sprache. Und wenn in der Bibel steht, liebe Freunde und Freundinnen, Gott spricht. Jehi or, weil jehi or, es wird Licht, dann wird Licht oder es werden die Pflanzen und es werden die Tiere und es werden Sonne, Mond und Sterne, dann passiert es auf hebräisch. Und Friedrich Weinreb, den ich sehr empfehle übrigens Ihnen Hörerinnen und Hörer, Friedrich Weinreb, wie Sie hören, Weinreb ohne E, ist ein Meister dieser Mystik des Judentums und er hat Bücher über Bücher geschrieben, in denen er auf Vorträgen basierend dieses brillante Wissen über die Zahlen darlegt. Mit 22 hat Gott die Welt erschaffen. Es gibt auch andere große Werke, die der große Meister Weinreb aufgreift, in die Mystik der 22 einzutauchen. Kurzum, 22 Buchstaben haben wir, nicht 26 im Deutschen. Die 22 ist auch voller Geheimnisse. Es ist die doppelte Dualität, wenn Sie wollen. Die doppelte Dualität. 2 ist immer Dualität. Tag und Nacht, Krieg und Frieden. Das Leben ist dual. Wenn wir es noch einmal hinten anhängen, die 2 haben wir 2 mal 2, sprich 2 und 2. Und 22 ergibt sich sozusagen als Dualität, als Steigerung der Dualität unseres Lebens. Wenn wir 2 und 2 addieren, haben wir die 4. 4 bedeutet immer das Kosmische. 4 ist die Minimalanzahl der Richtungen unseres Lebens. Der Mensch streckt sich aus nach Osten, nach Westen, nach Norden und nach Süden. Es gibt 4 Jahreszeiten. Winter, Sommer, Frühling, Herbst. Winter, Sommer, Herbst und Frühling. Es gibt die 4 Elemente natürlich der alten Griechen und auch der Bibel. Nämlich Wasser, Luft, Feuer, Erde. Es gibt bei den alten Griechen die 4 Charaktere. Kurzum, 4 ist das Grundlegende des Irdischen. 2 und 2. 22 Buchstaben war das Alphabet und mit 22 Buchstaben und deren Verästlungen, nämlich 1 und 2 und 3 und 4 und 5 bis 22, schafft Gott die Welt. Dann haben wir die 8. Der Psalmist schaut sich die 8 an. Was ist für ihn in der 8 bedeutsam? Wenn Sie an 8 denken, welches grundlegende Phänomen, welche Erscheinung aus dem 2. Testament fällt, springt Ihnen ins Auge? Auch aus dem 1. Wenn ich 8 sage, was springt Ihnen ins Auge, ins Ohr, ins Gefühl? Am 8. Tag ist der Beschnitt. Genau, wunderbar. Danke, die Anja Benfeld hat es wunderbar gesagt. Der 8. Tag ist der Zirkumcisio Dei. Mein Vater sagte mir, dass in alten römisch-katholischen Kalendern noch eingetragen war im 16, 17 Jahrhundert. Das war der 1. Jänner. Der 1. Jänner. Zirkumcisio Dei. Der Tag der Beschnitten. Zirkumcisio, lateinisch mit Cäsar geschrieben. Zirkumcisio. Zirkumcisio heißt die Beschneidung, die Umschneidung. Da wurde unser Herr, sprich Jesus Christus, beschnitten. Das war in der katholischen Kirche ein Feiertag. Zirkumcisio mit C am Anfang und C in der Mitte. Der 1. Januar. Der 1. Jänner, österreichisch gesprochen, vom 24. ausgerechnet, war die Beschneidung unseres Herrn. War noch der offizielle Hintergrund, liebe Freunde und Freundinnen, des 1. Jänner. Das war nicht ein Jubel, Trubel, Heiterkeitstag wie heute. Einfach nur der 1. Januar. Sondern das war der Tag der Beschneidung unseres Herrn Jesus Christus. Die 8, die Beschneidung. Im 1. Testament gibt es auch die 8. Am 8. Tag wurde ein Fest gefeiert, nämlich die Vollendung des Tempels. Der Tempel wurde an 7 Tagen gebaut und am 8. Tag wird im 4. Buch beschrieben, war ein großes Tempelweihfest. Das Tempelweihfest war am 8. Tag. Das Tempelweihfest am 8. Tag. Übrigens, Sie wissen, es gibt dort das Fest Chanukka. Chanukka, Andrea, nicht wahr? Das Tempelweihfest, was Johannes wirklich so nennt. Tempelweihfest zur Zeit der Makabea. Wird in Johannes 10 erwähnt. Und nur in Johannes, das Tempelweihfest Chanukka, das ist ein Fest, das 8 Tage, genau 8 Tage dauert. Das war das große Fest, das erinnert an 165 vor. 165 vor. Judas Makabeus, das große Oratorium von Händel, thematisiert den Kampf der Makabea über die Seloiziden. Die Seloiziden waren ein Nachfolger, Stamm des großen Alizaner des Großens und sie verunreinigten den Tempel. Das große Thema von Chanukka ist ja das Makabea-Fest. Sie wissen, es gibt zwei sogenannte Apokryphe Bücher im Neuen Testament. Makabea 1 und Makabea 2 und die thematisieren den Kampf der wenigen Makabea, Judas Makabeus und seiner Brüder, gegen die Übermacht der heidnischen, fürchterlich heidnischen Seloiziden, die Jerusalem verunreinigen, insbesondere den Tempel. Und an Erinnerung an dieses große Fest feiern Juden, wir alle Juden weltweit, etwa im November, Dezember. Heuer koinzidiert es mit Weihnachten übrigens auf den Tag genau. Heuer koinzidiert es, feiern wir acht Tage Makabea-Fest. Kurzum, die acht ist eine heilige Zahl im Judentum. Die acht ist die Zahl der Transzendenz. Ich wiederhole, acht ist die Zahl der Transzendenz. Sieben ist die Zahl der Vollständigkeit, der Immanenz. Immanenz, lateinisch, immanenz, immanere, mit Doppel M, bedeutet bleiben, verhaften, anhängen. Immanere, immanenz, heißt die Diesseitigkeit. Die Diesseitigkeit wird ausgedrückt durch die Vollständigkeit der Sieben. Sieben Tage hat Gott der Schöpfung zugeordnet, sechs Tage arbeitest du, am siebten Tag wirst du ruhen. Heute ruhen wir Juden. Morgen ruht ihr Christen, ihr greift in den achten Tag hinein, in Erinnerung an die Auferstehung des Herrn. Am sechsten Tag wurde er gekreuzigt, am achten Tag auferstanden. Wir Juden feiern heute den siebten Tag. Am Schabbat ruhst du, steht in der Bibel. Du wirst den Schabbat heiligen, du wirst den Schabbat Gott weihen. Sieben ist die Immanenz, die Vollständigkeit in unserer Realität. Und der Tag, der darüber hinausgeht, der den Sprung in die Ewigkeit bringt, ist der achte Tag. Der achte Tag ist das, was über die Immanenz, über die Diesseitigkeit hinaus schreitet. Und transzedere, lateinisch heißt ja hinausschreiten, transzendieren auf Deutsch, transzedere, transzendencia, ist das hinaus schreiten, das Überschreiten der irdischen Begrenzungen. Acht ist das, was Gott macht, wenn er aus dem Verborgenen interveniert. Und darum wird ein jüdisches Knäblein am achten Tag beschnitten, um zum Ausdruck zu bringen, dass das Geheimnis der Beschneidung, das Geheimnis des Bundes, ihr Lieben, immer etwas ist, was mit Gott, mit Gottes Geheimnis in Verbindung steht. Heute noch, weltweit, ein jüdischer Knabe am achten Tag. Nicht am neunten, nicht am dritten Monat, nicht irgendeinen Tag, sondern justament der achte Tag. Acht ist immer ein Griff in die andere Dimension, in die andere geistige Welt. Und die Beschneidung ist ja ein Bund mit Gott, der in die Mystik, in das Verborgen der Gottes hineingreift. Und darum wird die Beschneidung als Summe der sieben plus eins betrachtet. Denn der achte Tag ist ja der siebte Tag plus einem. Sieben ist ja unsere Diesseitigkeit, plus die Einheit Gottes, die die sieben erst vervollkommnet und dadurch in Fleisch und Blut des Kindes übergehen soll. Der Bund der Beschneidung bedeutet für einen Juden immer, ich bin in der Immanenz, bin verpflichtet, hier zu leben, aber durch die Einskraft Gottes gehe ich hinaus in das Geheimnis des Göttlichen. Die Beschneidung ist ein Bund des Göttlichen, der hineingreift in das Materielle, in das Immanente. Kurzum, unser Psalmist König David schreibt ein Psalm, spricht ihn zunächst mal, alle Psalmen leben ja zunächst von mündlicher Tradition, der 8 mal 22 bedeutet. Das heißt, er nimmt, wie Ulrike Schoschaner Leichte aus Linz in Oberösterreich wunderbar herausarbeitete, der Psalmist nimmt die Zahl der 8, jeder Buchstabe wird 8 mal, wird jeder Buchstabe wird 8 mal aufgeführt und somit werden alle 22 Buchstaben des Alphabets aufgeführt mit ihrer Kraft der Psalmen. Das heißt, der Psalmist will sagen, wenn wir gleich anfangen, ich nehme den ersten Buchstaben, das Aleph, werde ich Ihnen gleich vorlesen, der erste Buchstabe ist das Aleph, von Aleph bis Taf, von A bis Z, Alpha und Omega ist ja das Pendant im Griechischen und Aleph und Taf ist es im Hebräischen. Der Psalmist nimmt den ersten Buchstaben und er führt ihn 8 mal auf. Der erste Buchstabe kommt 8 mal vor und er ergießt in 8 Wortungen. Buber spricht ja immer von Wortungen. Das Wort finde ich sehr schön, liebe Hörer und Hörerinnen, liebe Freunde und Freundinnen, St. Josef Salzburg-Algen. Der Psalmist wortet sich, wortet die Kraft Gottes in seine Wortungen. Das ist ein Ausdruck von Martin Buber. Sich worten. Das Wort Gottes wortet sich. Es ergießt sich in Worte. Und der Psalmist ist so überschäumend heute, im Psalm 119, liebe große Anja, dass er 8 mal jeden Buchstaben heranzieht und mit 8 Buchstaben, mit 8 Worten aus dem Buchstaben herauspresst, sozusagen, was ihm an Lob für Gott einfällt. 119 ist ein einziger überbordender Lob. Ich wiederhole, 119 ist ein einziger, der Psalm überbordender, maßloser, wie ich es gerne nenne. Danke, dass Peter Schwarzer das heute Morgen zusammengefasst hat. Ein einziger maßloser Lob auf Gott. Und jeder Buchstabe, jetzt will ich Ihnen kurz sagen, übrigens, was Buchstaben im Hebräischen bedeuten. Darüber haben wir mal kurz gesprochen, in Maria Jeutendorff, fängt mir gerade ein. Das Wort Buchstabe im Hebräischen ist nicht wirklich ein Buchstabe, ein Zeichen, das in eine Buche ursprünglich durch die Germanen eingeritzt wurde, sondern wissen Sie, was das Wort Buchstabe im Hebräischen heißt? Ot. Ein Ot ist ein Zeichen. Ot. Alef, Wav, Tav im Hebräischen. Alef, Wav, Tav. Ot transkribiert. Heißt Zeichen. Ist ein Zeichen. Für den Hebräer sind alle 22 sogenannten Buchstaben Zeichen des Lebens. Ja, aber auch Zeichen, auch darüber hinaus. Bruder Matthäus, nicht nur Schriftzeichen, sondern Zeichen des Lebens. Jeder Buchstabe ist ein Zeichen des Lebens. Sie wissen, der Sabbat wird ein Ot genannt. Unser heutiger Schabbat, den Jesus natürlich auch feierte, Maria feierte, Johannes der Täufer, alle, ist ein Bundeszeichen. Und jetzt wird es immer spannender, liebe Hörer und Hörerinnen, liebe Freunde und Freundinnen. Buchstaben sind Zeichen des Göttlichen in unserer Immanenz. Damit Sie merken, wie spannend es ist. Und Friedrich Weinreiber hat ein Buch geschrieben, das heißt Zahlzeichenwort. Zahlzeichenwort, das empfehle ich Ihnen von Herzen. Holen Sie sich das in einer Buchhandlung in Österreich gleich am Montag früh. Ich empfehle es von Herzen. Zahlzeichenwort, die innere Struktur der hebräischen Buchstaben. Die innere Struktur der hebräischen Buchstaben. Gibt es in jeder Buchhandlung. In Linz, in Wien, in Innsbruck. Holen Sie sich das Buch. Zahlzeichenwort, die innere geheime Struktur der hebräischen Zeichen. Sprich Buchstaben. Und jeden Buchstaben schaut sich Friedrich Weinreiber an als ein Geheimnis Gottes in unserer materiellen Welt. Dazu habe ich leider keine Zeit. Ich würde es gerne mit Ihnen sofort besprechen, aber dann sind wir nicht mal übermorgen fertig. Sondern, ich will es nur kurz anreißen, jeder Buchstabe, jedes Zeichen, ist ein Zeichen, ein Hinweis Gottes, Gottes aus dem Verborgenen, was Gott mit dieser Welt vorhat. Und Friedrich Weinreiber zeigt jedes Zeichen, jedes Aleph, jedes Bett, jedes Gimel, was es bedeutet, wie die Struktur des Buchstaben aussieht. Er malt jeden Buchstaben auf einem sein Buch und zeigt, was sagt uns die Anatomie des Streifen, des Buchstabens über Gottes Vorhaben mit unserer Welt. Und wenn Sie alle 22 Zeichen, Geheimnisse Gottes gelesen und studiert haben und selbst aufzeichnen können, haben Sie verstanden, was Gott mit dieser Welt vorhat. Es ist gigantisch, wer das darstellt. Kurt Benfett nicht, Kurt Benfett kennt das, mein Freund. Jedes Zeichen ist ein Abenteuer für sich. Und darum empfehle ich von Herzen, dieses zu studieren. Und König David weiß ja darum. Wir Juden kennen seit Jahrhunderten die innere Sekunde, die innere Anatomie dieser Buchstaben. Wir wissen, was ein Aleph bedeutet. Es ist nicht nur einfach was hingeschriebenes, mit dem man sich kommuniziert, sondern das Aleph birgt durch seine drei Zeichen, die Schriftzeichen, die das Aleph bilden, ein Geheimnis. Das war uns heute Erspahn, weil die Zeit nicht reicht. Aber jeder Buchstabe, jedes Zeichen ist ein Geheimnis Gottes über die Art, in der Gott die Welt erschaffen hat. Denn mit den Buchstaben hat er die Welt erschaffen. Und noch einmal, der Psalmist nimmt ja jedes Zeichen und reiht es achtmal. Achtmal kommt der Buchstabe alle vor. Achtmal ergießt er in das Aleph, wir werden es gleich hören, seine Wortungen. Jedes Wort wird achtmal ausgedrückt. Das Bett achtmal, das Gimel achtmal. Und so haben wir 22 mal achtmal. Der Psalmist sagt, wenn ich Gott begegne, will ich ihm zurückgeben. Ich will ihm das zurückgeben, was er mir gegeben hat durch die Kraft der 22 Zeichen. Ich wiederhole, durch die Kraft der 22 ist die Welt entstanden. Und der Psalmist gibt an Gott etwas zurück, was er ihm in sein Herz und in die Schöpfung gegeben hat. Jeder Buchstabe ist ja ein Schöpfungspaket. Und der Psalmist sagt, ich möchte Gott so viel geben, so viel Anerkennung, so viel Dank geben, dass er sagt, ich setze mich hin und predige, zunächst war es eine Predigung, achtmal, jeder Buchstabe achtmal, will ich mit der Kraft der Acht und er zieht alle Register, er benutzt die Feinheiten der hebräischen Sprache. Und ich möchte, dass wir nachher das mal probieren. Wir werden das mal probieren. Das ist nicht einfach. Wir werden es mal sparsam probieren mit dem Buchstaben A, mit dem deutschen Buchstaben A, hintereinander mal acht gespannte, anspruchsvolle Wortungen auszudrücken, mit denen ich Gott sage, du bist so groß, du hast mir so viel gegeben, du bist der Meister aller Meister und ich drücke das mit A aus und Sie werden merken, es ist nicht einfach. Sie müssen acht Sätze bilden, die alle mit A anfangen. Machen Sie das mal, das ist kein Kinderspiel. Und dann bitte acht Sätze, die mit B anfangen und dann acht C-Sätze, die mit Gimmel anfangen und das bitte bis zum letzten Buchstaben. Und jeder Satz ist so anspruchsvoll, der andere nicht einfach nur A, 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 sondern anspruchsvolle, gehaltvolle Sätze, das ist eine Leistung. Das ist eine kardiologische Leistung, nenne ich das ja. Kardiologisch. Warum kardiologisch? Weil das Herz arbeitet. Sie erinnern sich an meinen Lieblingssatz von Pascal? Le cœur sans Dieu. C'est le cœur qui sans Dieu, non la raison. Gestern, Anja, wir lieben beide Französisch, Frau Benfell und ich. C'est le cœur qui sans Dieu, non la raison. Es ist das Herz, das Gott erlebt, nicht der Verstand. On ne via bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. En train de Saint-Exupéry, es ist das Herz, das Gott merkt. Mein Herz, mit dem Herz spürst du alles, nicht mit dem Verstand. und dem Buchstabe seine eigene Geschichte. Dankeschön, Dankeschön. Wunderbar. Danke für den wertvollen Beitrag. Jeder Buchstabe ist eine Reise, eine Reise in das Universum, wenn Sie notieren wollen. Jeder Buchstabe, jeder der 22 Zeichen, im Sinn von Zeichen, Abzeichen des Göttlichen, jeder Buchstabe ist ein Geheimnis Gottes. Wir werden es ja gleich erarbeiten, wenn wir das Aleph anschauen. Sie werden merken, wie König David sich inspirieren lässt von Gott. Er arbeitet ja kardiologisch, theologisch, kardiologisch, theologisch, nicht radiologisch. Und Sie werden es gleich beim Aleph merken, wie gigantisch er wirklich eintaucht in das Geheimnis des Lebens. Wenn wir die 22 Buchstaben verstehen, verstehen wir etwas, ein bisschen, von den Geheimnissen, von der geheimen Schöpferkraft Gottes in dieser, unserer materiellen Welt. Sie wollten was sagen? Okay. Ich schlage vor, wir fangen an. Wir, genau, wir haben hier die drei Blätter, unser Matthias, CPPS, ein Kämpfer für den Herrn, Parexelens, Katexochin, hat uns die drei Blätter abgezogen. Sie haben drei Blätter. Keine drei Blätter? Eis nur eins. Eis nur eins, gut, erst mal eins. Und dann wird Matthias, die Gabe Gottes, Batania, die beiden weiteren Blätter verteilen. Ich möchte bitten, Gernot, Gernot, der gestandene Salzburger, mein Freund mit Herz und Hirn, wird uns die ersten acht Verse vorlesen. Ich habe natürlich wieder Martin Buber. Nur, dass Sie wissen, meine Freunde und Freundinnen, liebe Hörer zu Hause, ich habe Martin Buber wieder benutzt, immer Martin Buber, er ist einfach der große Meister. Und in seiner Verdeutschung wird er uns nun darlegen, wie die ersten acht Verse. Allein dafür brauchen wir gut eine Stunde. Acht Verse, feinstes Hebräisch, in gutes, so gut wie möglich erscheintes Deutsch, übertragen durch Martin Buber. Lieber Gernot, mein Salzburger, Mozartkugel, du bist meine spirituelle Mozartkugel. Danke. Danke. Was? Das Gold ist so schön drum. Das Gold ist schön. Liebe spirituelle Mozartkugel, öffne dich. Öffne dich. O Glück ihrer, die schlichten Weg sind, die in seiner Weisung gehen. O Glück ihrer, die seine Zeugnisse waren, die mit allem Herzen fragen nach ihm. Falsch haben sie durchaus nicht geübt. In seinen Wegen sind sie gegangen. Deine Ordnungen hast du selber entboten. Sie sehr zu behüten. Ach, das gefestet seien meine Wege, zu hüten deine Gesetze. Dann werde ich nicht zu schanden, wann ich blicke auf all deine Gebote. Ich danke dir in Herzensgeradheit, wann ich die Rechtsgeheiße lerne, deiner Bewährung. Ich habe da immer kleine Striche gemacht, damit sie merken, wann acht Verse zu Ende sind. Ich habe jeweils den hebräischen Buchstaben auch dazu gemalt, dass sie wissen, jeder Block, in dem es aus Aleph sich befindet, bis zum Strich, ist das entsprechende zusammengefasste zum Aleph. Hier haben wir den Aleph. Sie sehen, überall habe ich die hebräischen Buchstaben eingezeichnet auf ihr Blatt. Danke, lieber Gernot. Der letzte. Ach, der letzte. Entschuldigung. Nein, nein, nein. Entschuldigung, du hast recht. Entschuldigung. Ich will deine Gesetze hüten. Verlass mich nimmer gar sehr. Genau, das ist nämlich der achte, da wo mein Strich liest. Danke. In meinem Eifer will ich schon hinne pressen. Danke, du wunderbarer Freund meines Herzens. Achten Sie auf die Worte. Ich will es noch einmal vorlesen. Oder ich werde dir Anja bitten, damit was, jedes Wort ist kostbar. Jedes Wort ist eine Zusammenfassung, eine geballte Packung von Intensität. Anja, Anja Benfeld, sei so lieb, noch einmal ganz gefühlvoll, bitte noch die acht Verse lesen. Noch einmal. Oh Glück. Oh Glück ihrer, die schlichten Weg sind, in seiner Weisung gehen. Oh Glück ihrer, die seine Zeugnisse waren, die mit allem Herzen fragen nach ihm. Falsch haben sie durchaus nicht geübt. In seinen Wegen sind sie gegangen. Sehr schön. Deine Ordnung hast du selber entboten. Sie sehr zu behüten. Ach, das gefestet seien meine Wege, zu hüten deine Gesetze. Dann würde ich nicht zu schanden, wann ich blicke auf alle deine Gebote. Ich danke dir in Herzensgratheit, wenn ich die Rechtsgeheise lerne deiner Bewährung. Ich will deine Gesetze hüten. Verlass mich nimmer, gar sehr. Sie sehen, danke wunderbarer Anja Benfeld. Sie sehen, durch unterschiedliche Intonationen kann man dem Ganzen, nichts ist falsch, das ist wie Gernot, durch unterschiedliche Intonationen kann man die tiefen Facetten den anderen Inhalt herausholen. Ich möchte, weil ich das gerade so schön fand, jemand anderen bitten, das durch seine eigene Intonation anders zu gewichten. Wer traut sich zu? Wunderbar Anja, wunderbar Gernot, meine Mozart-Kugel, meine strahlende, mich beglückende, spirituelle Gabe Gottes im schönen Salzburg, der Mozartstadt. Ich bin ja ein Mozart-Fan, ohnegleichen. Ich liebe Mozart. Kein Abend vergeht, an dem ich nicht in die Nacht gehe mit der kleinen Nachtmusik. Also die eine hat ein Mon Cherie. Genau, 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 genau. Anja ist mein Mon Cherie. Und bei Deutschen, aber ich muss euch eins sagen, jetzt hast du was gesagt. Jetzt hat der Oberösterreicher was Hartes gesagt. Mon Cherie kann meiner Mozart-Kugel, und Frau Dr. Blumenkund versorgt mich immer mit Mozart-Kugeln aus Mozartstadt, kann der Mozart-Kugel nicht das Wasser, nicht den Alkohol reichen. Genau, Mozart-Kugeln aus der Mozartstadt, aus, von welcher Firma heißt das hier? Mirabel. Mirabel. Mozart-Kugeln von Mirabel sind unvergleichlich. Da kann kein Mon Cherie aus unserem Deutschland konkurrieren. Lieber, lieber Freund, Matthias, eure Mozart-Kugeln und eure Sacha-Tort, es muss es aussprechen, sind bahnbrechend und gaumenerobernd. Und dann noch Zaunerstollen dazu. Der muss doch kommen. Der muss doch kommen. Den kenne ich doch nicht. Der zahlerstollen. Der Werbesteuer zahlst. Ja, ja, ja. Liebe Freunde, ja, Moment, liebe Freunde, liebe Freundinnen, ein bisschen Humor gehört dazu. Ohne Humor, Reinhard, geht das Leben nicht. Ich wollte, ich wollte jetzt noch einen Teilnehmer bitten, Sie haben gemerkt, Hartmut, durch unterschiedliche Intonationen, kann man unterschiedliche Aspekte herauslesen. Darum bin ich so glücklich, dass Gernot und Anja unterschiedlich intoniert haben. Wer möchte seine Variante probieren? Andere Aspekte herausbetonen. Lieber Freund aus Baden bei Wien, wir haben ein Badener bei Wien, mein Freund Franz Xaver aus Baden bei Wien, aus dem Kuat Baden bei Wien. Lesen Sie es mal mit Ihrer Intonation vor. Der 19. 19. Psalm. Oh Glück Ihrer, die schlichten Wege sind, die in seiner Weisung gehen. Oh Glück Ihrer, die seine Zeugnisse waren, die mit allem Herzen fragen, nach ihm. Falsch haben sie durchaus nicht geübt. In seinen Wegen sind sie gegangen. Deine Ordnungen hast du selber entboten, sie sehr zu behüten. Ach, das gefestet seien meine Wege, zu hüten deine Gesetze. Dann würde ich nicht zu Schande denken, wenn ich blicke auf all deine Gebote. Ich danke dir in Herzensgeradheit, wenn ich die rechtsgeheiße lerne deiner Bewährung. Ich will deine Gesetze hüten. Verlass mich nimmer. Danke mein Freund aus Baden bei Wien, aus der großen Kurstadt bei Wien. Jetzt will ich Ihnen mal meine Version vorlesen. Sie sehen, da steckt so viel, es ist alles richtig. Und das ist ja das Große an den Psalmen, an den Dehilim. Es soll in unser Herz kommen. Es gibt im Talmud einen großen Satz, ein großes Diktum aus dem Psalm heißt, Worte, Wortungen, die von Herzen, nicht vom Verstand, die aus der tiefsten Quelle unseres Seins kommen, Worte, die aus dem Herzen entspringen, ihr Lieben, gehen in das Herz hinein. Kardiologie berührt Kardiologie. Herz berührt Herz. Das Herz hat Fähigkeit, die der Verstand nie und nimmer, nie und nimmer besitzen kann. Es kommt aus der tiefsten Quelle. Und darum noch einmal der Satz aus Deuteronomium 6.4, Matthias Kenners, Behafteit Adonai Elohecha, Bechol Levavcha. Du sollst deinen Herrn lieben, beziehungsweise du wirst ihn lieben, mit ganzem Herzen. Erst kommt das Herz, dann Bechol Navschecha und Bechol Merdecha. Dann mit ganzer Kraft und ganzer Hingabe. Das Credo des Judenums darf ich wiederholen für unsere Hörer und Hörerinnen in Austria, in Felix, Austria. Du, Felix, Austria, Nube. Heißt, Behafteit Adonai Elohecha, Bechol Levavcha. Du wirst deinen Herrn, deinen Gott, deinen Schöpfer, mit ganzem Herzen, nicht mit ganzem Verstand. Liebe, mit ganzem Herzen. Und da kommt eben die Geschichte, wenn mich mein Herz einnimmt. Man kann sich natürlich fragen, was heißt ganzes Herz? Gibt es auch ein halbes Herz? Es gibt auch ein halbes Herz. Man sagt ja im Deutschen, du hast das halbherzig gemacht. Jetzt wird Ihnen klar, wie reich das Herz ist in der deutschen Sprache. Du hast halbherzig gearbeitet, Reinhard. Du bist so halbherzig, sagt man im Deutschen. Und das Englische hat ein wunderschönes Wort, wholeheartedness. Das gibt es nur im Englischen. Wholeheartedness, Ganzherzigkeit, müsste ich es übersetzen. Learning by heart. Learning by heart. Danke, du Meister. Auf Englisch sagt man, wenn man sagen will, ich habe etwas auswendig gelernt, Andrea Lauritsch, du wunderbare Klagenfutterin. I learn it by heart. Ich habe es mit Herzen gelernt, auch auf Französisch. Apprendre par coeur. Wir Deutschen haben da einen Fadenausdruck. Ich habe es auswendig gelernt, das ist so gar nichts, gar nichts dahinter. Der Engländer hat uns was voraus, liebe Freunde in Österreich. I learned it by heart. J'ai apprendu toutes lesons par coeur. Ich habe es hier drin gelernt. Das ist so schön an anderen Sprachen. Der Franzose lernt etwas im Herzen. Das ist auswendig lernen. Und der Engländer genauso, er lernt es im Herzen, er lernt es nicht einfach auswendig nach außen. Und darum möchte ich betonen, der Engländer hat ein wunderschönes Wort, whole heartedness, etwas ganz herzig tun, um ihm zu zeigen, dass es wirklich so etwas gibt wie halbherzig. Du hast etwas halbherzig gemacht. Du bist nicht mit ganzem Herzen dabei. Dein Herz schwingt dort und dort und dort. Du bist nicht bei der Sache. Und der Hebräer will, dass wir etwas ganz herzig tun oder gar nicht. Und darum ist das, was der Psalm macht, mit ganzem Herzen. Es ist wirklich sein ganzes Herz drin. Das ganze Herz steckt im Psalm drin. Nur jemand, ich will es kurz noch verstärken, nur jemand, der sein ganzes Herz, mit ganzem Herzen, sagt der Psalm 6.4, Deuteronomium, wenn jemand sein ganzes Herz, wirklich sein Herzblut, sein Herzblutgurt, hineinlegt in diesem Psalm, dann entsteht so ein Meisterwerk und er hat es auch in die anderen Psalmen gelegt. Und darum wurden die Psalmen Weltliteratur. Weltliteratur. Weil das Herz spürt, da ist ein Mensch, der sein ganzes Herz hineingelegt hat in dieses Magnum Opus. Bitte, Frau Anja, Anja Benfeld. Aber im Herzen ist der Verstand. Aber welcher Verstand? Vorsicht, welcher? Vorsicht. Welcher Verstand steckt im Herzen? Das ist die Weisheit Gottes. Nicht A Quadrat plus B Quadrat plus C Quadrat. Vorsicht. Das ist auch Weisheit Gottes. Aber das ist etwas Besonderes. Das ist ein kleiner Ableger. Der Stamm des Herzens ist die Weisheit. Gib mir ein hörendes Herz und ich gebe dir Weisheit, sagt Gott zu König Salomo. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat oder weiß ich, wer ist diese mathematische Formel von Einstein mit E gleich Q Quadrat, E gleich irgendwas drin. Das ist nackter Verstand. Das ist sozusagen ein kleiner Ast, liebe Anja Benfeld, ein kleiner Ast der Weisheit. Die Weisheit des Herzens ist unendlich tiefer. Ist unendlich größer. Davon ist dieses A Quadrat und E gleich MC Quadrat ein kleiner Tropfen. Ein kleiner Tropfen. Aber ich möchte jetzt nicht, dass wir uns da verlieren, sondern das Herz ist ein Ozean. Isaac Newton sagte etwas Großes, möchte ich Ihnen auch schenken. Isaac Newton, der große Physiker aus England im 16. Jahrhundert, sagte einen großen Satz für dich und für uns alle. Was wir von Gott wissen, beziehungsweise was wir vom Leben wissen, logisch, E Quadrat, A Quadrat, Pythagoras, Hypotenusen, all die Geschichten aus Mathe und Physik, was wir von diesem Gott und von dieser Welt wissen, ist ein Tropfen. Was wir von Gott und der Welt nicht wissen, Anja, ist ein Ozean. Und das sagt ein Mathematiker ersten Ranges. Höhepunkt für heute. Ein Mathematiker, der auch zu Gott gekommen ist auf allen Vieren, wie Blaise Pascal, ein Mathematiker ersten Ranges sagt das. Was wir von Gott wissen, alle Formeln sammengenommen, alle Physik und Chemie und Bildung, alles in einen Topf geworfen, alle Nobelpreise in einen Topf geworfen, ist ein Tropfen. Isaac Newton, Anja. Und was wir hinter dem nicht wissen, das ist der Ozean. Und das sagt eine kleine Maus. Bitte, Gernot. Halten Sekunden, Gernot, und dann Matthias. Hallo, Diener haben wir das Unendlichkeitszeichen. Dankeschön. Und zwar, deswegen Gott die unendliche Liebe. Ich danke dir. Und er hat über Seiten weist das Unendlichkeitszeichen. Ein kleines Heft, weil er war, natürlich ist das... Welcher? Eiserblüten? Nein, nein, Winces Palotti. Winces Palotti, ja. Winces Palotti, der Freund von Kaspar. Ja, ja. Winces Palotti hat Kaspar auch begraben. Übrigens, weil wir das gerade sagst, weil wir gerade dabei sind, die Acht, wenn wir die Acht flachlegen, dann haben wir ja die Unendlichkeit. Gut, dass du das sagst. Und noch einmal, liebe Hörer und Hörerinnen im schönen Österreich, liebe Freunde hier in Salzburg, in der Mozartstadt Salzburg, bitte, wenn wir die Acht nehmen und sie flachlegen, ins Bett legen, dann liegt doch die Unendlichkeit. Das ist doch unser Thema heute. Danke. Unsere Acht ist eben ein Sprung in die Unendlichkeit, in die Unbegrenztheit Gottes. Ich wiederhole, jeder Satz hat ja hier achtmal, wir haben ja eben acht Sätze gehört und wir werden ja 22 mal acht haben und wenn die Acht nicht steht, sondern liegt, haben wir ja die Unendlichkeit. Das heißt, in der Acht, in der Anatomie der Acht ist ja schon angedeutet, der Sprung in die Unendlichkeit. Da steckt ja auch die Mathematik und das Zugeben der Mathematik, dass es etwas gibt, was weit über die reine Logik und der Mathematik hinausgeht. Bruder Matthias aus Brasilien. Ein musikalischer Beitrag, denn wir haben ein schönes Lied. Dein ist mein ganzes Herz. Dankeschön. Franz Leher, das Land des Lächelns. Franz Leher. Franz Leher. Die sind nicht übertragen. Das war ein großer Österreicher. Da ist mein ganzes Herz. Genau, siehst du, wenn das Herz nicht ganz ist, ist es nicht wirklich Herz. Ich wiederhole für unsere Hörer. Wenn das Herz nicht wholehearted ist, Dankeschön. Wenn das Herz nicht wholehearted ist, Anja, dann ist es nicht wirklich, und noch einmal, Sie können es aufschreiben, der Psalmist ist wirklich mit ganzem Herzen dabei. Und jetzt sage ich danke für unseren wunderbaren Oberösterreicher. Schreiben Sie auf, der Psalmist sagt auf Schritt und Tritt seinem Gott, dein ist mein ganzes Herz. Der sagt, da ist es nicht der Mann, der ist der Frau, der sagt in dem schönen, der Opa, das Land des Lächelns, kenne ich ja, liebe ich ja. Aber Sie können aufschreiben, Hartmut, schreiben Sie auf, der Psalmist sagt, Andrea, liebe Andrea Mirjam Lauritsch aus Klagenfurt in Kärnten, der Psalmist sagt auf Schritt und Tritt, lecha et ten, ich sage es mal auf Hebräisch, damit es ist mal auf Hebräisch, ich übersetze es in Hebräisch, lecha et ten et kol libi, das ist Hebräisch, das habe ich eben selbst komponiert, angeregt durch dich, lecha et na et kol libi, das wäre feinstes Hebräisch, lecha et na et kol libi, wollen Sie einmal mit mir sagen, Anja, alle, Hebräisch, Anja, lecha et na et kol libi, alle, lecha et na et kol libi, Anja, allein noch einmal, lecha et na et kol libi, ich muss gerade, und das ist nämlich feinstes Hebräisch, das hat mich dieser wunderbare Mann aus Oberösterreich und aus Brasilien und aus Salzburg angeregt, das wäre genau das Thema der Psalmen, die Psalmen sagen wirklich, ich gebe dir mein ganzes Herz, und wenn wir die Psalmen wirklich mit Herz wahrnehmen, mit echtem Herz, mit deinem ganzen Herzen, Anja, dann spürst du wie ein Mensch, mit all seinen Schwächen, ist kein Heiliger, betone deutlich, David ist Mensch aus Fleisch und Blut, wie du und ich, und er hatte auch schwere Abstürze in seinem Leben, schwere Vergehen, Wattgeschichte, die hat er sich ersparen können, und trotzdem ist er ein Mann, der zu Gott zurückkommt, Teshuwa, er kommt zurück und sagt, Gott, nimm mich an, ich habe versagt, und ich möchte zu dir zurückkommen, ich krieche auf allen Vieren, sagt er, und ich gebe dir mein ganzes Herz, danke, lieber Freund, das Credo, der Psalmen ist, dein, oh Gott, ist mein ganzes Herz, Dankeschön, das ist die Perle von Salzburg, Bruder Matthias, mein Herz vibriert, mein Herz vibriert, Bartmut, der Dritte von Gießen, ja, da wird einem das Herz ganz warm und weit, und das haben wir im Deutschen auch, weit, herzig, warmherzig, der warmherziger ist warmherzig, Sie wissen, dass kein Organ, kein Organ in der deutschen Sprache, auch in der englischen Sprache, so stark strapaziert wie das Herz, mein Herz, du hast mein Herz, mein Herz ist schwer, das lastet auf meinem Herzen, ich möchte dich herzen, beherzigen musst du das an, ja, bitte, bitte beherzige es, mit dem Herzen sagt man, in Heidelberg verloren, natürlich, ich komme aus Heidelberg, ich wohne in der Nähe, Heidelberg bei, in der Kurpfalz, und achten Sie darauf, du musst es beherzigen, du musst es verstanden, hast du das beherzigt, ist es in dein Herz reingegangen, oder nicht, denn wenn es nur oben ist, taugt es nicht, du musst es beherzigen, bitte beherzige das, und was wir hier machen, liebe Freunde und Freundinnen, in Tu Felix aus Trianube, wir beherzigen, wir beherzigen, und der Psalmist beherzigt, seine Beziehung zu Gott, auch ein Wortspiel, das Sie notieren können, der Psalmist beherzigt, beherzigt seine Beziehung zu Gott, denn ohne Herz, kannst Gott nicht begegnen, das sagen alle Großen, und du zeigst uns dein Herz, genau, ich lege mein Herz preis, ich offenbare dir mein Herz, Jesaja, staunen wird und weit werden dein Herz, sehr schön, sehr schön, Shalom, da ist auch eine Perle, eine Perle aus Salzburg ist gekommen, Shalom, lieber Johannes, Johannes ist der, ich muss es kurz sagen, der Chef von Haus Warden, Wardenburg, Wartenburg, Wartenburg, Entschuldigung, lieber Freund, ich bin dankbar, Johannes, der Gottbegnadete, aus Haus Wartenberg, hat sich heute den Tag freigenommen, freigekämpft, aus seinen familiären Verpflichtungen, und ich bin dankbar, und ich verspreche dir, du wirst heute reiche Gaben bekommen, wir machen gerade Psalm 119, hast du noch eine Kopie für ihn? Hast du was noch für unseren Johannes? Die Eingekämpfe sind wir trostzügig. Johannes, er rückt an deiner Seite, wunderbar, fragt an den Kameraden. Wunderbar, wir haben darüber gesprochen, eben Johannes, über die Kraft des Herzens, der Psalmist arbeitet mit Herz, und wenn er mit Herz arbeitet, kann der Gott mehr begegnen, als durch den Buchstaben, und ich will jetzt noch einmal gerade probieren, Gernot, die acht Sätze, noch in einer anderen Variation zu intonieren. Wir haben eben gesagt, wir sind bei den ersten acht Sätzen. Die ersten acht Sätze, da schauen wir uns an, das Aleph, das Aleph des großen Magnum Opus 119. Jetzt will ich mal meine Variante. Eben haben zwei, drei Teilnehmer brillant intoniert, Franz Xaver aus Baden bei Wien, dann hat unser Gernot, und wer war der erste dran? Anja, die Pfälzerin, im weitesten Sinn, eine wunderbare Dame aus der Pfalz, und jetzt probiere ich mal meine Version. Wenn jede ist richtig, keine ist richtig oder falsch, ich will meine, Anja. Die ersten acht Verse aus Psalm 119. Hören Sie mal zu. O Glück ihrer, die schlichten Wegs sind, die in seiner Weisung gehen. O Glück ihrer, die seine Zeugnisse waren, die mit allem Herzen fragen nach ihm. Falsch haben sie durchaus nicht geübt. In seinen Wegen sind sie gegangen. Deine Ordnungen hast du selber entboten, sie sehr zu behüten. Ach, dass gefestet seien meine Wege, zu hüten deine Gesetze. Dann würde, sprich werde, stärker um werde, werde ich nicht zu schanden, wann ich blicke auf all deine Gebote. Ich danke dir, ich danke dir in Herzensgeradheit. Da sind wir wieder beim Herzen. Das gerade Herz, das ist schön. Da ist die Vorstellung, dass auch das Herz gerade oder krumm sein kann. Ich danke dir in Herzensgeradheit. Wann ich die Rechtsgeheiße lerne, deiner Bewährung. Ich will deine Gesetze hüten. So erlaub ich mir zu betonen, Andrea. Ich will deine Gesetze hüten. Verlass mich nimmer gar sehr. Wodurch, Entschuldigung, das ist immer schon zu Ende. Ich würde vielleicht weitermachen. Genau. Sie sehen, für mich ist nämlich was wichtig in meiner Intonation, die Ich-Du-Beziehung. Ich arbeite heraus und jeder darf es ja so intonieren, wie es für ihn stimmig ist. Es gibt kein Falschen da richtig. Für mich ist wichtig, was drückt der Psalm Hildegard aus Amstetten aus über Ich und Du. Für mich ist die Intonation auf Ich und Du. Ich und Du. Ich bekomme von dir. Und ich gehe meine Wege, die du mir gibst. Das ist für mich die Botschaft, die mein Herz auslöst. Und jeder von Ihnen nimmt eben seine Herzensbotschaft. Anja. Ist das mal hebräisch? Komm, komm, komm. Ich habe nicht vergessen, das ist die Botschaft. Ich habe nicht vergessen. Jetzt kommen... Ich habe nicht vergessen, ich habe nicht vergessen. Ich habe nicht vergessen. Asheri tmimi-i derech haholchim betorat Adonai. Vers 2. Asheri nutzrei edotav betorat Adonai, betorat Adonai, betorat Adonai, 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 odcha, bejosher levav, belomdi, mishpeteizit kecha, etrukecha eschmor, alta azveni admeod. Ah, das war schon, warte mal. Das war schon acht, genau. Das war die erste. Jeder Satz ist komprimiert. Ich will es Ihnen kurz sagen, bevor wir nun in die Exegese einsteigen. Jeder Satz ist komprimiertes Hebräisch. Ich möchte es nochmal für unsere neuen Hörer und Hörerinnen in Salzburg und weltösterreichweit sagen. Jeder Satz hier ist komprimiertes Hebräisch. Es ist ja Poesie. Ich will es wiederholen, wenn Sie es notieren, Andrea. Liebe wunderbare Andrea, liebe wunderbaren Mitwirker und Mitstreiter und Mitbeherziger. Jeder Satz hier ist feinste Poesie. Andrea Lauritsch beschäftigt sich ja mit, wer ist da noch einmal der große Jude? Moshi Ben-Gavril. Er hat ja ursprünglich Hebräisch geschrieben. Er konnte doch perfekt Hebräisch, Andrea. Er konnte doch sehr gut, Yvrit. Er konnte ja wunderbar Hebräisch, ein Mann mit diesem Namen, er war ja auch eine Zeit lang in Palästina, damals noch vor der Staatsgründung und er konnte hervorragendes Hebräisch hinter seinem Deutsch, das ich in den einigen Büchern, die mir Andrea Lauritsch schenkte, rieche ich wunderbares Hebräisch. Er atmet die Sprache des Heiligen Landes und ich kann Ihnen sagen, hier ist ebenfalls Poesie. Hier ist auch Poesie. So wie eben Andrea Lauritsch sich mit diesem Thema eines großen Dichters beschäftigt, den sie rehabilitiert, weil er lange Zeit verkannt war. So möchte ich Ihnen sagen, ich kann ja sowohl hebräische Prosa als auch hebräische Poesie. Hier ist feinste Poesie. Die übrigen Bücher des Ersten Testaments sind ja Prosa. Wenn Sie die fünf Bücher Mose nehmen, das ist Prosa. Aber hier haben wir es mit Poesie. Hoch konzentriert zu tun. Ich benutze ja gern das Wortspiel, ein Gedicht heißt deshalb Gedicht, weil es gedichtet ist, verdichtet. Ein Gedicht ist dicht. Der Prosa ist nicht mehr ganz dicht. Wer Prosa liest, ist nicht mehr ganz dicht. Denn das ist nicht gedichtet. Aber wer ein Gedicht liest, der ist ganz dicht. Der ist wirklich ganz dicht. Denn ein Gedicht verdichtet unglaublich. Dieses Gedicht verdichtet dermaßen intensiv. Die Gedanken eines beherzten Menschen, das ist nicht zu überbieten. Und ich werde mit Ihnen nun herauspressen, was wir herauspressen können, damit Ihnen klar wird, was in diesem Psalm steckt. Fangen wir jetzt mal an mit ein bisschen der Exegese durch den Rabbi, durch mich, durch Gottes Gnade. Der erste Satz, noch einmal auf Hebräisch. Jetzt will ich jetzt schon mal etwas sagen, was ganz wichtig ist, nämlich dieses O Glück. Wir haben ja schon darüber gesprochen, der erste Psalm fängt ja auch mit Aschrei an. Sie erinnern sich? Ganz am Anfang? Sie erinnern sich, der erste Satz hieß, glücklich ist der Mensch, der im Vorsatz Gesetzloser nie gegangen, im Weg leichtsinniger nie gestanden und wo Spötter sitzen, nie gesessen. Jetzt will ich Ihnen sagen, warum ich mit dem Wort O Glück nicht so glücklich bin. Ich bin mit dem Wort Glück nicht so glücklich. Erinnern Sie sich noch an unseren ersten Tag am Montag? Brüder Matthias, sag uns, was ich optiere für eine Alternative zum Wort O Glück. Erinnern Sie sich noch, wer erinnert sich, warum ich das Wort Glück im Deutschen nicht wirklich geglückt finde? Das Wort Aschrei, können wir es einmal noch aussprechen, Andrea? Alle zusammen. Aschrei. Anja. Aschrei. Ulrike. Aschrei. Das ist dieses gehaltvolle Wort, das erste Wort des ersten Psalms. Bitte? Aschere. Aschere steckt da drin. Aschere ist das Gleiche, aus der gleichen Wurzel kommt. Dieses Wort kommt häufig vorhin im Psalmen. Und es ist ein Wort, das so ganz schwer im Deutschen wiederzugeben ist. Gott bless you. Es ist aber nicht wirklich glücklich mit Bubar. Sie wissen, ich bin ein großer Schüler von Martin Bubar, aber gelegentlich erlaube ich mir, eine Verbesserung vorzunehmen. Und das Wort kommt nämlich zweimal vor. Es kommt selten in der Bibel zweimal hintereinander vor. Es kommt im ersten Satz vor und im zweiten Glück aller. Warum bin ich nicht glücklich mit dem Wort Glück? Weil das Wort Aschere weit über Glück hinausgeht. Glück ist ja sehr sprunghaft. Wir haben da gesprochen, Glück ist der, der sich auf Gott verlässt. Ja. Das ist eine Dauer. So ist es. Wunderbar. Ich danke unserem Freund, dem CPPS, dem König von Bad Ischel und von Salzburg und von Brasilien, dem Kaiser. Ich nenne ihn Kaiser, weil er aus der Kaiserstadt Bad Ischel kommt. Aschere hat mehr zu tun, als mit Glück kommt und geht. Das ist nämlich der Punkt. Wenn du ein Glücksgefühl hast, Anja Benfeld, das kommt und dann ist es weg. Wenn du glücklich bist, weil du etwas gegessen oder getrunken hast. Schalom, lieber Georg. Ist es eher ein Seligsein? Auch Selig ist mir zu wenig. Weißt du warum? Weil das Seligsein so ein abgenutzter Begriff ist, der auch sehr flüchtig sein kann. Das ist nicht etwas Dauerhaftes. Das ist etwas sehr Vergängliches. Ich bin glückselig, sagst du ja auch im Deutschen. Glückseligkeit geht so schnell vorbei. Sagt der Jesus dann auch, nimmt er auch dann dieses Aschrei. Selig sind die... Brillant, ein Beitrag dieser Anja. Anja Benfeld hat völlig recht, wenn sie sagt, die sogenannten Seligpreisungen, das mache ich in einem eigenen Bergpredig-Seminar, heißen streng genommen diese Aschrei-Worte. Die neun Seligpreisungen im Matthäusevangelium und die vier im Lukas-Evangelium sind im Grunde genommen Aschrei-Worte. Es geht nicht um Glück, sondern Aschrei. Und jetzt werde ich Ihnen darlegen, liebe Freunde, was Jesus wirklich meint. Ich danke der Anja. Wenn Jesus sagt, selig ist die Wangen, die sanftmütig und selig sind, meint er nicht dieses vergängliche Glück oder selig. Das ist leider abgegriffen, sondern er meint damit erfüllt. Ich werde Ihnen erklären, was das Wort Aschrei bedeutet. Jetzt passen Sie auf, wie tief wir arbeiten. Wir arbeiten sehr tief. Das Wort Aschrei schreibt sich im Hebräischen, ich schaue mir die Anatomie des Wortes an, damit Sie merken, wie tief, liebe Freunde, wie heute vorgehen. Das Wort Aschrei schreibt sich, wer will, Aleph, Shin, Reish, Yud. Jetzt wird es hochgradig spannend. Wir heben ab. Aleph, Reish, Yud. Matthias hat es ja in seinem Hebräischen. Ich wiederhole es. Der Kaiser von Badishl. Aleph, Reish, Yud. Jetzt passen Sie auf, was hier passiert. Der erste Buchstabe ist das Aleph, dieses Wortes. Und Aleph ist der Anfang. Der zweite Buchstabe ist das Ende. So gut wie das Ende, beziehungsweise der vorletzte Buchstabe, Shin und Reish. Der zweite Buchstabe ist Aschrei, Johannes. Und der dritte Buchstabe ist Aschrei, sind die zwei Buchstaben, die zwei letzten Buchstaben des Hebräischen Alphabets. Anja, Ulrike weiß das. Shin und Reish sind die letzten Buchstaben. Shin und Reish. Und der vierte Buchstabe ist was, André, nicht André, Ulrike, das Yud. Und Yud ist der zehnte Buchstabe. Yud ist die Eins mit einer Null dran. Das heißt, sie haben in der Anatomie dieses Wortes, bitte, in der buchstäblichen Anatomie des Wortes, das umfassende Gott, das Ganzheitliche. Ich habe das Aleph, das ist der Anfang. Ich habe am Ende das Yud, das ist die Zehn, die Eins plus die Null. Und ich habe in der Mitte das Ende. Shin und Reish. Das heißt, der Psalmist und der Bibelkenner, der das Wort hier benutzt, sagt sich, in diesem Wort liegt die Fülle der Ganzheit. Ich wiederhole, so deute ich es, Reinhard. Die Fülle der Ganzheit, die Fülle der Ganzheit menschlichen Daseins, so drücke ich es aus, in meinen Worten, die Fülle der Ganzheit menschlichen Daseins, Georg, steckt in diesem einen Wort. Und das kann ich sagen, weil ich eben Hebräisch kann. Wer Hebräisch kann, versteht die Bibel einfach viel, viel, viel tiefer. Wie benutzt dieses Wort Aschrei im Normale? Im Normale wird es so gut wie nicht benutzt. Weißt du warum? Weil es so ein gewagtes, Andrea, Mirjam, Lauritsch, so ein gewagtes und so umfassendes Wort ist. Ich wiederhole, die Teilnehmerin, Anja hat eben gefragt, wie benutzt man im modernen Hebräisch, in der Poesie von Dichtern, die in Israel lebten, die Andrea Lauritsch bearbeitet. Das hebräische Wort wird kaum benutzt. Wissen Sie warum? Weil es so ein umfassend, erfülltes Sein benutzt. Das kann man nur benutzen, wenn man es wirklich lebt, wenn man eine Ahnung davon hat. Verstehen Sie? Wenn du das Wort im Alltag benutzt, weiß ich, wenn du ein Eis schlägst oder wenn du einen Spaß hast, dann ist es nicht wirklich zutreffend. Es trifft nicht zu. Und darum benutzt es der Psalmist eben, weil er sagt, wenn ich mit Gott in Beziehung stehe, habe ich eben dieses Gefühl. Das ist der Punkt. Dann wäre ich von der Übersetzung her mehr übersetzt mit die Fülle. Genau das wollte ich sagen. Die Fülle der Ganzheit. Ich nenne es ganz gewagt, liebe Freunde, danke Anja, Hannah Schifra. Die Fülle der Ganzheit habe ich, beziehungsweise derjenige, der schlichten Weges ist, der in Gottes Weisung geht. Das ist nämlich der Punkt. Die Fülle der Ganzheit, eine Ganzheit, die nicht zu überbieten ist. Und der Hebräer konnotiert eben Ganzheit mit Glück. Darum sagt der Bubar ja Glück. Wenn ich wirklich ganz bin, wholehearted, oder beherzig, Johannes. Wenn ich wirklich ganz mit Gott gehe, Anja, wenn ich ungeteilten Herzens bin, wenn ich wirklich in dieses ganz mit Gott gehen und ganz in Gott sein und ganz in Gott pulsieren bin, Markus, dann habe ich eine Ahnung, was wirkliches Glück bedeutet. Es gibt Glück beim Sex, es gibt Glück bei Essen, es gibt Glück beim Shopping. Heute wird uns ja so viel Glück verkauft. Man kann ja Glück heute kaufen, in Anführungszeichen. Aber der Psalmist sagt, das ist gar nichts, wienerisch gesprochen. Mein Vater war Wiener, darum kann ich auch ein paar Wiener deftige Ausdrücke. Das ist gar nichts. Verglichen mit dem wahren Glück, lieber Peter, aus wunderbaren München, verglichen mit dieser wahren Fülle der Ganzheit, die ich habe, wenn ich spüre, dass Gott mit mir geht und in mir wohnt, ist alles andere nichts. Und darum wird dieses hebräische Wort nur sehr sparsam, Anja, sehr sparsam, sowohl in der Bibel, bitte, als auch im modernen Hebrisch benutzt. Weil es eben so etwas ist, was du erst durch einen langen Prozess in deinem Leben dir beherzigen kannst. Ich wiederhole, Wally, dieses Wort und die Kraft, die dahinter steckt, kommt nicht, wenn ich heute Mittag ein wunderbares Essen in Österreich esse. So wunderbar die Küche hier ist im Salzburger Kolleg, die Küche ist hervorragend, und die österreichische Küche ist ja eher ein Traum. Aber es ist etwas anderes, wenn ich dieses unermessliche Glück, dieses alle Grenzen sprengende Glück, die Fülle der göttlichen Nähe erlebe. Wenn ich die Fülle, nennen wir es mal so, die Fülle der göttlichen Nähe hier auf Erden erlebe, Hildegard, dann habe ich eine Ahnung, was Aschrei ist. Da ist alles drin, Aleph, Shin, Reish, Yud, da ist einfach alles drin, da fehlt nichts. Und vor allen Dingen, es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Wenn ich meinen Weg mit Gott gehe, darum sagt er ja, es o Glück derer, oder eben o Aschrei derer, die schlichten Weges sind. Dieses Schlicht ist auch etwas ganz Wichtiges im Hebräischen. Schlicht heißt so viel, Buber, Irsch übersetzt das anders, die ganz sind, die sittlich und ethisch ganz sind. Wenn Sie dieses Wort gerade aufschreiben wollen, dieses schlichten Weges, kann man auch noch ein bisschen besser übersetzen. Es bedeutet, die wirklich ganz in ihrem Weg sind, deren Weg mit Gott ganz voll kommen, sie kommen in ein Vollsein, das keine Risse zulässt. Das meint der Psalmist. Wenn ich meinen Weg gehe mit Gott, unser Thema der ganzen Woche, wenn ich Weggemeinschaft mit Gott pflege, El Camino, wenn ich den Camino gehe, nicht nur in Santiago de Compostela, sondern meinen Weg mit Gott gehe, und diesen Weg wirklich geradlinig gehe, dann spüre ich etwas, was mein Herz so erfüllt, dem Herzen eine Fülle gibt. Da ist so viel Blut, anatomisch gesprochen, im Herzen, dass ich merke, ich brauche nichts mehr. Ich brauche nichts mehr. Alles andere fällt ins Bedeutungslose. Und darum sagt er ja, wenn ich in seiner Weisung, jetzt will ich Ihnen auch was Schönes sagen, er sagt ja dann, die in seiner Weisung gehen, achten Sie darauf, hier steht im Hebräischen wirklich, Holchim betorat Adonai, in seiner Weisung gehen. Es geht darum, ich gehe in der Weisung, nicht gemäß der Weisung. Achten Sie darauf. Man kann sich natürlich fragen, wie kann ich in einer Weisung gehen, wie geht das bitte schön? Der Hebräer sagt, es geht. Ich kann im Wort Gottes gehen, nicht gemäß dem Wort Gottes. Im Deutschen haben wir solche Verrenkungen wie, bitte richte dich nach dem Wort Gottes, oder bitte halte dich an das Wort Gottes, bitte. Im Deutschen verkrampfen wir uns, im Englischen genauso. According to. Der Hebräer hat ja überhaupt kein Thema, das ist überhaupt kein Problem. Der Hebräer sagt, Holchim betorat Adonai. Das hört sich für euch, Oksidentale, für die Österreicher, für die Westländer, so schwierig an. Für mich, den Juden, der ich im Orient aufgewachsen bin, und der ich die hebräische Sprache, neben der deutschen und der englischen Muttersprache, die ich kenne, ist das ganz normal. Ich gehe in deinem Wort. Dein Wort ist in mir, und ich bin in deinem Wort. Und wenn ich in Gottes Wort bin, und in seiner Torah, und Torah heißt ja Weisung, das übersetzt Buba wunderschön, es ist nicht Gesetz. Gesetzesinnige gibt es auch, aber hier sind es die Weisungen. Und wenn ich in deinem Wort bin, wenn ich mir vorstelle, stellt es euch mal vor, das Wort Gottes ist ein Raum, und ich betrete diesen Wortraum. Ich betrete den Wortraum Gottes. Bitte, ich bin so erfüllt, Johannes, vom Wort Gottes, ich bin eingewortet, mein Wortspiel. Johannes, ich bin eingewortet, mein Wortspiel. Und wenn ich so eingehüllt, eingewortet bin, bitte, was brauche ich dann mehr? Was brauche ich mehr, sagt der Psalmist, wenn ich eingewortet bin in deiner Weisung, und deine Weisung besteht ja außer der Fülle von Worten, und wenn ich eingeweast bin, eingeweast, eingewortet, eingehalten in deinem Wort, dann habe ich gespürt, was Glück, was Fülle, was innere Reichtum wirklich bedeutet. Anja. Das ist ja das, woran Paulus gelitten hat. Wenn er mit dem Gesetz bringt, weil er genau das gesucht hat, dieses In, dieses Hereinkommen in ihn, und was er dann mit seiner Vision gefunden hat, weil er das Gefühl hat, jetzt gehe ich in seinem Weg. Und er in dieser Befolgung der Vorschriften, sozusagen nicht gefunden hat, weil sein Herz, sein Gefühl nicht mitgemacht hat. Und jetzt will ich Ihnen noch, Dankeschön Anja aus der Pfalz, ich will Ihnen noch was Schönes sagen. Wir haben noch eine Viertelstunde vor unserem wunderbaren österreichischen Kaffee und vor meinen geliebten Manna-Waffeln übrigens, die Manna gehören auch auf meine Liste. Ich muss das noch erwähnen. Ich liebe Sachertorte, ich liebe Mozartkugeln, und ich liebe noch eine weitere Süßspeise bei euch, die wir Deutschen nicht haben, nämlich das Manna. Mein Freund sagt immer, das ist österreichisches Manna. Mit A, das Manna. Andrea Lauritsch, das ist Manna, Manna vom Himmel. Euer Manna-Waffeln sind die besten der Welt. Ich habe viele deutsche Waffeln probiert, aber keine ist so gut wie Manner, die liegen draußen, Manner. Die liegen draußen in der Küche, im Speiseraum. Kannst du Manner, das österreichische Manna. Okay, liebe Freunde, hören Sie gerade noch zu. Ich habe den Eindruck immer mehr, und ich spüre es ganz deutlich, ich spüre es in meinem Herzen, dass der Psalmist König David eins geworden ist mit dem Wort, das er spricht. Wissen Sie, das wird mir immer klarer, und ich kann den Hebräisch wirklich sehr gut. Wenn ein Mensch so deutliche Worte benutzen kann, Andrea, ihr Lieben, dann ist er eins geworden mit dem Wort. Wissen Sie, wenn wir sprechen, jeder spricht so viel am Tag, ich arbeite immer mehr daran, dass ich eins werde mit dem, was ich worte. Dass ich mein Wort werde. Das ist nämlich die hohe Kunst. Ich sage Ihnen was ganz Tiefes, das ist jetzt was ganz Tiefes. Die großen Meister des Judentums sagen, das Sprechen ist eine Gabe unermesslichen Reichtumsgott. Das Sprechen können nur wir Tiere. Ein Hund kann nicht sprechen. Bitte? Wir Menschen, entschuldigen, was habe ich gesagt? Wir Menschen können sprechen. Die Tiere können nicht sprechen, und die Pflanzen können nicht sprechen. Ich sage es auf den Papagei, aber der spricht ja nur nach. Und die Mineralien können nicht sprechen, so wie wir das können. Nur der Mensch, sagen die Rabbiner, liebe Freunde, Gernot, können sprechen. Das Sprechakt ist so ein großes Geschenk Gottes. Und darum sagt das Judentum in aller Deutlichkeit, Anja, geht bitte sehr respektvoll mit der Sprache um. Denn Sprache ist nichts Banales. Sprache ist nicht einfach irgendwas mit dem Kehl oder rausspucken. Sprache ist etwas aus dem Innersten in ein Heiligtum hineintragen. So sage ich es. Noch einmal. Aus meinem Innersten trage ich etwas in das Heiligtum Gottes. Denn wenn Gott spricht und ich auch spreche, bin ich durch das Sprechen Gott nah. Ich wiederhole, wenn in der Bibel steht, Gott sprach und es warnt, dann muss ich wirklich mir bewusst machen, wenn ich spreche in Klagenfurt oder in Villach oder in Wien Innenstadt oder hier im schönen Salzburg, wenn ich spreche, bin ich auf einer so hohen Ebene mit Gott verbunden, es ist nicht zu überbieten. Und darum haben wir Juden eben so einen Respekt vor dem Wort Gottes. Wenn ich die Gedichte, die Adria Lauch bearbeitet, lese auf Deutsch und das Hebräisch da in der Atme, bin ich so ergriffen. Und wenn ich den Psalm lese, im Reprischen, bin ich so überwältigt, bin ich so überherzt, weil ich spüre, wie ein Mensch wirklich eins wird mit seinem Wort, Markus. Eins wird mit dem, was ich worte. Spüren, dass ich da Gott so nahe komme, wie es nicht zu überbieten ist, weil ich ja in den Sprechakt Gottes hineingehe. Bitte, das kann nur der Mensch. Gott spricht und es wird die Welt. Und darum sagt das Juden, wenn du sprichst und zwar bewusst sprichst und wholeheartedly sprichst, nicht einfach dahin gesplappert, es gibt einen Unterschied zwischen plappern und sprechen. Auch Jesus sagt, wenn ihr betet, plappert nicht wie die Heiden, plappert nicht wie die Heiden, das kann jeder. Rumplappern kann jeder. Aber wirklich sprechen, Worten, wirklich Worten, heilige Intentionen dabei haben, das kann nicht jeder. König David kann das. König David kann das. Warum kann er das? Weil er eine Beziehung mit Gott pflegt, unser Thema seit Sonntagabend, eine Beziehung mit Gott pflegt, die über alle Grenzen hinausgeht, maßlos ist. Ich habe in unserem Seminar rausgearbeitet, Anja, für dich noch, ich darf in einem maßlos werden. Wir Menschen sind ja heute maßlos. Computer und Shopping, rund um die Uhr, shoppen, 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 shoppen. Das gibt nicht wirklich Glück, das gibt nicht Aschrei. Der Bibelmensch sagt, du kriegst dann dieses Gefühl, wenn du wirklich in Gottes Wegen gehst und wenn du maßlos bist in Bezug auf Lob Gottes. Und das ist eine gesunde Maßlosigkeit. Ich wiederhole, es gibt etwas, was gesund maßlos ist. Und da pflegt es uns vor, nämlich, dass du deinen Schöpfer maßlos liebst. Dass du ihm maßlos Gesänge darbringst. Bitte, wir machen das jetzt an Sonntagabend. Maßlos dein Herz öffnest und nicht nur shoppst von morgens bis abends. Das gibt kein Glück. Das ist vorübergehend. Da habe ich mir wieder was geshoppt und fertig. Aber wenn du maßlos Gott würdigst und sagst, wie groß ist deine Schöpfung? Gestern Abend hat man das ja auch. Schaue ich deinen Himmel an. Was ist der Mensch? Was ist der verfahrene Mensch? Was ist der gottgefällige Mensch? Dass du seiner gedenkst. Wissen Sie, die Psalmen sind ein solcher Schatz von Maßlosigkeit. Die Psalmen sind maßlose Dankbarkeit. Maßlose Hingabe an Gott. Und jetzt sage ich Ihnen noch etwas. Wenn ich diese Maßlosigkeit, diese Grenzenlosigkeit lebe, dann spüre ich das, was mir kein Shopping, kein Sex, kein Essen, kein nichts geben kann. Nämlich dieses Aschrei. Ich wiederhole den Satz. Wenn ich in diese Maßlosigkeit, in diese kreative Maßlosigkeit hineingehe und sage, mein Schöpfer, wie nimmst du mich ernst, mich Wurm, mich kleine Null auf der Erde, angesichts deiner gigantischen Größe dieser Erde, angesichts der anderen Planeten, ich mir vorstelle, was bin ich wichtig für dich? Wisst ihr, was das für ein Schatz ist, Johannes? Wenn ich bewusst mache, ich bin für dich wichtig, ich, Jubel, ich, Johannes, ich, Kaiser von Valtischl, ich bin für dich so wichtig, dass du mich ernst nimmst und jetzt kommt es, dass du mir das Sprechen schenkst, dass du mir sowas Großes schenkst, wie Sprechen, Worten können, bitte, das kann kein Hund, das kann keine Maus, nur ich kann lyrischste Gedanken, tiefste Gedanken, epischste Gedanken, Worten, nur der Mensch kann Worten und wenn ich mir die Psalmen anschaue, natürlich auch andere Literatur, aber insbesondere sind für mich die Psalmen ein Reichtum, was dahinter für ein Schatz, für eine gigantische Leistung steckt, etwas so zu Worten, was mein Innerstes bewegt und noch ein Punkt, der Psalmist, wenn er hier spricht, zum Beispiel in der zweite Satz, gerade, O Glück oder O Fühle, ihre die Seine Zeugnisse waren, wenn ich Worte habe und Worte kreiere, dann kann ich die Zeugnisse Gottes wirklich in meiner Form, in meiner Form, in Worte kleiden. Oder wer dann sagt, die mit allem Herzen, im zweiten Satz haben wir den Herzen, Bekol Libam, mit allem Herzen, fragen nach ihm, das ist das Thema der Psalmen, mit meinem ganzen Herzen, wholeheartedly, Gott suchen und Gott finden. Und ich sage Ihnen eins, wenn Sie wirklich, wie er sagt, mit allem Herzen fragen, wenn ich wirklich frage, mein Gott, mich verlangt es nach dir, wholeheartedly, mit ganzem Herzen, ich brenne nur noch für dich, dann spüren Sie wirklich, was Sie mit der Kraft der Sprache machen können. In der hebräischen Sprache gibt es eine Fülle von Worten, insbesondere in den Psalmen, die beispiellos sind. Wenn Sie die Psalmen lesen, die Psalmen sind beispiellos an schöpferischer Tätigkeit. Und ich sage Ihnen noch einen Satz, wenn Sie wirklich Hebräisch können oder ein bisschen hineinsteigen in Aschrei, in, was wir hatten die Woche, in Schmai, Israel, in all die großen Worte der Bibel, die Bubba ja schon gut wiedergibt, aber wenn Sie selbst ein bisschen Hebräisch lernen und ich möchte hiermit alle Hörer und Hörerinnen in Österreich und Sie auch hier anleiten, bitte lernen Sie Hebräisch, die beiden Damen, die hier sitzen, Ulrike lernt mit mir per Skype Hebräisch. Anja, es wird wieder hart. Wenn die Anja Benfeld, diese wunderbare Schülerin, zurückkommt und ich auch zurückkomme, werden wir per Skype wieder lernen. Ich habe hier zwei Schülerinnen, die mit mir per Skype, weil wir uns ja nicht jeden Tag sehen, miteinander Hebräisch lernen. Diese beiden Damen, Anja Benfeld und Ulrike Leichte, lernen mit mir Hebräisch per Skype bei diesem Geschenkskype und die beiden Damen merken, was für ein Reichtum es ist, Hebräisch zu sprechen. Und ich sage es Ihnen allen, lernen Sie, wo Sie noch können. Ihr habt es ja in Salzburg eine Fakultät, ihr habt es in Wien eine Fakultät. Man kann auch in Innsbruck Hebräisch lernen. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch im schönen Österreich Hebräisch zu lernen. Das ist die Sprache Ihres Heilands Jesu. Jesus sprach nur Hebräisch und Aramäisch, da konnte kein Wort österreichisch, da konnte kein Wort deutsch, da konnte nur Hebräisch und Aramäisch. Und Sie kommen in Ihrem Heiland, Jesus von Nazareth, unendlich näher, wenn Sie Hebräisch können. Ich sage es Ihnen ganz deutlich, noch einmal, ich sage es Ihnen, wenn Sie, jetzt noch einmal zum Punkt Sprache, wenn ich spreche, Hartmut, darf ich Sie bitten, wenn Sie Hebräisch sprechen, können Sie wirklich schöpferisch tätig sein. Und jetzt der Punkt, der Psalmist spürt, Gott ist der Erschaffer der Schöpfung. Und wenn ich in den Raum des Schöpferischen gehen will und meinem Schöpfer gleichkommen will, kann ich es auf der sprachlichen Ebene tun. Ich kann schöpferisch tätig sein durch Sprechen. Und das Judenum sagt, hab große Achtung vor deinem Sprechen, denn du ahnst nicht, was du durch dein Sprechen auf dieser Welt bewirkst, auch wenn du es nicht siehst. Sprechen, notieren Sie bitte, liebe Österreicher und Österreicherinnen, Sprechen ist pure Schöpfung. Ich wiederhole, das ist das Judentum pur, was ich Ihnen vermittle. Sprechen ist ein schöpferischer Akt. Es ist nicht einfach, hol mir was in Billa oder wann gibt es Pause. Das ist idiotisch, wenn du denkst, du machst da nichts. Das Judentum sagt, in jedem Sprechen, auch das Banalste, bewirkst du in den spirituellen Welten, die diese Welt zusammenhalten, gigantische Konsequenzen. Und selbst wenn du sagst, hol mir ein Billa im Pfund Kaffee, dahinter steckt schöpferische Macht. Sprechen ist pure Schöpfung. Und darum sagen wir Juden, geh achtsam mit dieser Qualität um, denn du kannst einen Menschen, du kannst Welten aufbauen, wenn du bewusst mit Intention sprichst. Und der Psalmist ringt darum, dich zu preisen. Ich preise dich, ich erhöhe dich, ich liebe dich, ich gehe in deinem Weg. Was meinen sie, sagen die Rabbiner, was sie auf den spirituellen Wellen, die in unseren Augen sich entziehen, bewirken, wenn sie wirklich bewusst, achtsam und schöpferisch sprechen. Sie ahnen gar nicht. Sie ahnen vielleicht ein bisschen durch unser Seminar, was da passiert. Und seitdem ich das weiß, und ich weiß das schon lange als Jude, gehe ich mit meiner Sprache sehr gewählt um. Manchmal rutscht mir auch ein Four-Letter-Word aus, kann ich auch manchmal derb werden. Aber dann versuche ich es sofort zu bereinigen. Dann bereinige ich es, ein Ausrutscher. Aber schöpferisch ist für mich so gewaltig geworden, was Sprache für ein Geschenk ist. Und was du mit Sprache bewirken kannst, in Sprüche 18, 22, Sprüche 18, 22, gibt es einen Ründensatz, der heißt, Mavet vechaim bil schon ha adam. Mavet vechaim bil schon ha adam. Leben und Tod sind in der Macht der Zunge. Leben und Tod sind in der Macht der Zunge. Du kannst mit einem Wort jemanden erniedrigen. Die Nazis haben uns Juden, längst bevor sie uns die Gaskammer stecken, erniedrigt. Du Dreck-Jude, Vergasungs-Jude, die Juden sind unser Unglück. Damit hat man uns Juden, uns Juden, schon längst vernichtet. Rufmord sagt man ja, ein Rufmord. Längst vernichtet, bevor man uns in die Gaskammer gesteckt hat. Sie können aber mit einem Wort einem Menschen eine neue Perspektive schenken. Wenn sie ihm sagen, Gernot, du bist ein wunderbarer Mensch und ich segne dich im Namen unseres Gottes, bitte. Segnen, er läuft ja auch über den Mund. Gesegnet sollen sein alle Völker der Erde, Genesis 12, 3. Sie können mit einem richtigen Wort und mit dem richtigen Segnen einen Menschen neu gestalten, der im Dreck lag. Worte können töten, Worte können heilen. Du kannst mit deiner Zunge, wenn sie unkontrolliert ist, einen Menschen vernichten, in jedwede Würde nehmen, in den Dreck ziehen, in erniedrigen und Rufmord begehen. Du kannst mit dem gleichen Organ Zunge einen Menschen aufbauen, der kein Selbstwertgefühl hat, der keine Beziehung zu Gott hat, der nicht mehr weiß, wo es lang gehen soll, mit ein paar gescheiten Worten, mit ein paar göttlichen Worten aus der Heiligen Schrift, kannst du einen Menschen neu kreieren. Das alles können wir Menschen. Nur wir Menschen können das. Und noch dazu, wir gläubige Menschen, die wir hier sind, wir Christen, wir Juden, wenn wir mit dem Wort Gottes wirklich bewusst, sprechend umgehen, schöpferisch tätig, so wie Gott die Welt erschaffen hat mit den Worten, dann können wir diese Welt verändern. Und es fängt an mit dem Wort. Am Anfang war das Wort, sagt Johannes Evangelium. Und das ist ein jüdischer Gedanke. Im Anfang war das Wort. En arché, en hologos. Logos ist das Wort Gottes. Das nimmt er aus dem Genesis. Gott hat am Anfang die Welt mit Worten geschaffen. Gott spricht und es wird, Gott hätte sich das Sprechen ersparen können. Gott muss ja nur schnipsen und es passiert. Aber Gott will uns zeigen, indem er spricht, wie auch immer wir uns das Sprechen Gottes vorstellen können. Wenn Gott spricht, entstehen Welten. Am zweiten Tag, am ersten Tag, im zweiten Satz, heißt es, bei Yomer Elohim, Jehior, bei Jehior. Gott spricht. Es werde Licht, es kommt Licht und es passiert. Ohne die geringsten Probleme. Gott spricht und die Dinge entstehen. Sie stehen. Und darum sagt das Judentum, gehe mit deinen Worten sehr, sehr reflektierend um. Denn du ahnst nicht, was du anrichten kannst in der Doppeldeutigkeit dieses Wortes, Ulrike, du ahnst nicht, was du anrichten, verrichten, ausrichten kannst mit deinen Worten. Du ahnst es nicht. Denn wenn dein Gott dir das vorlebt, bitte in der Bibel, dass er spricht und du dieses gleiche Werkzeug hast, mit dem du sprechen kannst, mal dir vor Augen, mal dir vor Augen, was das bedeutet, was das für eine unermessliche Gabe ist, mit der dein Gott dich beschenkt, dass du sprechen darfst wie er und dass du schöpferisch sein darfst wie er. Ich denke, jetzt machen wir eine Kaffeepause. Danke. 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 Danke, wer sagt, Jakobusbrief. Was sagt? Zunge. 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 Liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen jetzt eine Pause. Um 11 Uhr geht es wieder weiter hier im Kolleg St. Josef mit dem zweiten Teil des Vortrages vom Psalm 119. Bleiben Sie dran. Bis dahin gebe ich zurück ins Studio nach Wien. Danke. Ich begebe ich zurück, producers bekommen Sie hier ein. Zuw�end san静. Vershopula. Wie sagt man, ein, weiß nicht. Untertitel Ary